Neueste Therapien gegen Vorhofflimmern. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um Ihr Herz. Solange es regelmäßig schlägt, ist ja alles in Ordnung. Aber wenn es zu Herzrhythmusstörungen kommt, dann muss man etwas tun. Und die häufigste Störung ist das Vorhofflimmern. Man sagt, von den heute 55-Jährigen werden es im Laufe des Lebens ungefähr 30% bekommen. Und das ist gefährlich. Wir sprechen jetzt über geeignete Therapiemethoden. Bei mir ist Prof. Dr. Christian Hendrik Heger. Er ist leitender Arzt im neu gegründeten Department für Rhythmologie in der Kardiologie an der Asklepios-Klinik Altona. Schön, dass Sie da sind, Herr Prof. Heger. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vorhofflimmern, noch mal. Was passiert da eigentlich wirklich genau? Also beim Vorhofflimmern ist es so, dass die Vorhöfe des Herzens, das Herz hat ja Kammern und Vorhöfe, und die beiden Vorhöfe, die im oberen Teil des Herzens liegen, die schlagen sehr unregelmäßig mit einer ganz hohen Frequenz, 300 bis 500 Schläge pro Minute, also die flimmern letztendlich nur. Und das führt dann dazu, dass in diesen Vorhöfen das Blut steht und zum Teil Blutgrinsel entstehen können. Und das führt dann zu einem Schlaganfall. Der weitere Punkt ist, dass diese Unregelmäßigkeit der Vorhöfe auch unregelmäßig an die Herzkammern weitergeleitet wird. Und das führt dann zu Herzrasen, Herzstolpern und weiteren Symptomen wie Luftnot und verminderte Belastbarkeit. Aha, also so merkt es dann auch der Patient. Diese Luftnot, das Herzrasen, vielleicht auch diese innere Unruhe. Und Sie sprachen jetzt von den Vorhöfen und irgendwoher kommt es ja auch, ne? Genau, also wir wissen jetzt seit knapp 25 Jahren, dass das Vorhofflimmern entsteht oder getriggert wird aus den sogenannten Lungenvenen. Und diese Lungenvenen befinden sich im linken Vorhof. Das ist hier der linke Vorhof, das hier ist der rechte, das ist der linke. Und im linken Vorhof gibt es die sogenannten Lungenvenen. Wir wissen, dass diese Lungenvenen triggern das Vorhofflimmern. Und das führt dann dazu, dass Vorhofflimmern entsteht. Kommt das immer von diesen Lungenvenen? Ne, also wir können einen Großteil der Patienten, da kommen wir gleich noch zu, mit dieser Lungenvenen-Isolation können wir unseren Patienten helfen. Aber es kommt tatsächlich nicht immer von den Lungenvenen. Es gibt auch weitere Stellen im Vorhof, die das verursachen können. Ja, genau, womit wir bei der grundlegenden Therapie sind. Also was ist das Ziel gegenüber diesen Störfaktoren, die da das Herz zum Flimmern bringen? Wir wissen, dass die Lungenvenen eben das Vorhofflimmern triggern können. Also Trigger aus den Lungenvenen, Signale, Störfeuer aus den Lungenvenen können das Vorhofflimmern erzeugen. Und es hat sich dann so herausgestellt, dass wenn man diese Lungenvenen elektrisch isoliert, das heißt man brennt oder friert einen Kreis um die Lungenvenen herum, dass dann diese Störfeuer quasi in den Lungenvenen eingesperrt bleiben und nicht auf den Vorhof übergehen können. Und damit das Vorhofflimmern nicht ausgelöst werden kann. Ja, das macht man ja eigentlich schon lange so. Da gibt es ja verschiedene Methoden, klassische Methoden, wie man das macht, oder? Ja, sehr richtig. Es gibt schon seit vielen, vielen Jahren die sogenannte Hochfrequenzstromablation, wo man mit Radiofrequenz und Hitzeenergie einen Kreis um die Lungenvenen brennt. Dann gibt es auch andere Verfahren, wie zum Beispiel das Kälteballonverfahren, wo man das dann mit Kälteenergie macht. Aber Sie sehen schon, es gibt immer, entweder das Gewebe wird verbrannt oder es wird vereist sozusagen. Und das sind die beiden gängigen Methoden. Wie kommen Sie da ins Herz? Das ist ein relativ kleiner Eingriff. Über die Leiste gehen wir mit ein bis zwei Kathetern, die wir dann hochschieben in das Herz hinein, gehen dann in den linken Vorhof und suchen da sehr, sehr präzise und zielgenau die Lungenvenen auf und isolieren die dann mittels Hitze oder Kälteenergie. Immerhin ist es ja doch ein Eingriff und er geht ins Herz. Was sind da bisher die Komplikationen, die dadurch entstehen oder die Risiken, die man vielleicht hat? Ja, auch sehr gute Frage. Insgesamt ist es ein sehr, sehr sicherer Eingriff. Also man braucht keine Angst haben vor so einem Eingriff. Trotzdem müssen wir immer bei allen Eingriffen, die wir machen als Ärzte, wissen, dass es immer Komplikationen geben kann. Insgesamt ist das sehr selten. Wir treten so bis zwei bis vier Prozent der Fälle, gibt es leichte Komplikationen. Es gibt aber auch mal schwere Komplikationen, die wir aber gut in den Griff bekommen können. Ja, man sagte ja früher, dass ja zum Beispiel auch angrenzende Segmente um das Herz herum verletzt werden können durch diese Kältebehandlung oder durch die Wärmebehandlung. Genau, also das Herz ist ja mitten im Körper. Wir haben die Lunge, wir haben Nervengewebe, Blutgefäße, wir haben die Speiseröhre direkt am Herzen dran. Und durch die Hitze- oder Kälteenergie können wir eben diese umliegenden Gewebe auch mit verletzen, theoretisch. Das ist selten, aber es tritt, es kommt mal vor. Ja, jetzt gibt es ja eine neue Methode, die ganz anders funktioniert. PFA habe ich mir gemerkt, weil das so ein kompliziertes Wort ist. Was ist das denn? Genau, PFA oder wir sagen PFA ist eine ganz neue Therapieoption. Das ist eine sogenannte Pulse-Field-Ablation, also Puls-Feld-Ablation oder auch Elektroporation genannt. Bei diesem Verfahren wird ein sehr starker Stromstoß in wenigen Millisekunden auf das Herz abgegeben. Und der führt dann dazu, dass Herzgewebe verödet wird, sehr, sehr präzise und sehr zielgenau. Aber ohne das umliegende Gewebe zu verbrennen oder zu vereisen. Das ist also was ganz Modernes, ganz Neues, wo wir sehr froh sind, dass wir dieses neue Verfahren zur Verfügung haben. Und wieso funktioniert das, dass Sie nur das Herzgewebe anfassen, sozusagen? Genau, also das Besondere an dieser Methode ist, dass wir Schwellenwerte haben für verschiedene Gewebe. Und es ist eben so, dass der Schwellenwert, um Gewebe zu veröden, bei Herzmuskeln relativ niedrig ist. Und bei dem umliegenden Gewebe, wie Speiseröhre oder Nerven oder Gefäße, ist dieser Wert deutlich höher. Das heißt, wir geben einen Impuls ab, veröden das Herzgewebe, was wir da auch veröden möchten, und sparen quasi die anderen Gewebe, die wir nicht veröden wollen, aus. Aha, dadurch, dass man sozusagen die geringste Stufe von diesen Reizen einstellt und damit Herzzelle sagt, hier bin ich, aber der Rest stellt sich einfach schlafen, sozusagen. Genau, und dann wird eben ausschließlich Herzmuskelgewebe in dem Bereich, den wir haben wollen, verödet und alles andere wird unangetastet gelassen. Ja, aha, das heißt ja dann auch, dass wenn die Störsignale nicht mehr aus den Venen kommen, da wo die ins Herz reinmünden, sondern von anderen Bereichen, wo man sehr gezielt reingehen muss, dann wird das da ja auch ein Mittel der Wahl sein. Genau, also aktuell haben wir ein Katheter, mit dem wir die Lungenvenen sehr, sehr zielgenau applaudieren können. Stichwort auch weitere Forschung in diesem Bereich wird uns bald auch ermöglichen, dass wir sehr zielgenau und punktuell arbeiten können mit diesen Kathetern. Ja, und irgendwann deshalb alle Patienten damit auch behandeln können. Das wäre ideal. Ja, das klingt ja trickreich. Woher kommt das, diese Technik? Also die Methode an sich ist schon etwas älter. Dass man die jetzt am Herzen einsetzt, ist eben was ganz Neues, was wir jetzt erst seit zwei, drei Jahren machen können. Diese Methode an sich kommt eigentlich aus der Tumortherapie, weil auch da gibt es verschiedene Schwellenwerte, die erreicht werden. Und Tumorzellen haben eben einen sehr geringen Schwellenwert und werden dadurch relativ leicht verödet und das Umliegengewebe eben nicht. Das hat man sich dann gedacht, dass man dieses Verfahren eben auch sehr gut im Herzen anwenden kann, aufgrund dieser unterschiedlichen Schwellenwerte. Ja, das heißt eine ständige Forschung auch dann daran, um das noch weiter zu entwickeln und für mehr Menschen auch gangbar zu machen. Genau, also da gibt es extrem viel Forschung auf dem Gebiet. Ich konnte da auch als einer der Ersten in Deutschland dieses Verfahren einsetzen und konnte sehr viel Erfahrung damit sammeln. Und das kann ich sagen, das ist sehr, sehr effektiv und sehr, sehr schnell und sehr schonend für unsere Patienten. Ja, dennoch, bevor wir darüber reden, wie sich das denn für mich als Patient anfühlt während der Behandlung, es gibt ja auch da bestimmt Risiken oder etwa nicht? Ja, also bei jedem Verfahren, was wir machen, gibt es immer noch geringe Restrisiken, auch bei diesem Verfahren, wo wir jetzt das umliegende Gewebe eben aussparen können. Trotzdem müssen wir irgendwie in das Herz hineinkommen. Dadurch müssen wir einmal in der Leiste ein Gefäß punktieren. Das machen wir heutzutage mit Ultraschall, also sehr, sehr zielgenau. Wir sehen, dass wir quasi das Gefäß punktieren und schieben dann den Katheter ins Herz rein. Und wir müssen ja auch im Herz selber auch arbeiten. Also auch dieses Verfahren hat ganz geringe Restrisiken. Das können Sie niemals ganz vermeiden. Aber insgesamt ist das extrem sicher und schnell und schonend für die Patienten. Ja, dann stellen wir uns doch mal vor, ich lege jetzt bei Ihnen da auf dem Tisch mit meinem Vorhofflimmern und Sie würden mich behandeln wollen. Also wie läuft dieser Eingriff ab? Der Eingriff läuft so ab, dass Sie am Morgen des Eingriffs quasi nüchtern zu uns kommen. Dann legen wir Sie auf unseren Operationstisch. Ich sage immer nicht Operation, weil das mehr ein kleinerer Kathetereingriff ist. Deswegen sagen wir Labor, Labortisch. Dann haben wir da eine Wärmematte, dass der Patient eben auf einer warmen Oberfläche liegt. Dann wird er mit einer leichten Sedierung zum Schlafen gebracht. Sie fühlen nichts, Sie haben keine Schmerzen. Das ist wie bei einer Magenspiegelung. Auch keine Vollnarkose, sondern eben Sedierung. Genau, keine Vollnarkose, eine leichte Sedierung. Dann schlafen Sie, fühlen gar nichts, atmen aber selber. Dann punktiere ich die Leiste, schiebe einen Katheter ins Herz hinein, gehe dann ganz zielgenau an die richtigen Stellen, mache die Applation, ziehe den Katheter wieder raus. Und nach knapp 20, 25 Minuten im Idealfall, so schnell sind wir heutzutage tatsächlich, kann man den Katheter wieder komplett entfernen. Und da kommen wir gleich noch zu dem Thema, die Leiste mittels Verschlusssystem heutzutage verschließen, sodass wir nicht mehr 12, 18 Stunden Druckverband auf der Leiste haben, sondern eigentlich im Idealfall direkt nach dem Eingriff auch wieder aufstehen können. Ja, ich glaube, dass, also jemand, der das schon mal hinter sich gebracht hat, der kennt das dann, dass er dann mit diesem Druckverband auf der Leiste zu tun hat, wie Sie ja sagen, früher 18, dann 12 Stunden. Lies man ja häufig noch 12 Stunden. Bei Ihnen sagen Sie, nee, also eigentlich, wenn die Sedierung weg ist, kannst du ja fast schon gehen. Warum klappt das? Also wir haben sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Wir machen eben die Kombination aus Ultraschallgesteuerter Leistenpunktion, also sehr zielgenau, sehr präzise. Und dann eben, wenn wir die Katheter entfernen, verschließen wir das Loch in der Vene letztendlich mit einem besonderen System, ein Verschlusssystem, was dieses Loch zumacht mit einem kleinen Kollagenkorken, so einem kleinen Pfropfen, der das Loch verschließt, oder fadenbasiert mittels Naht. Und dann können Sie, wenn Sie wach sind, sofort aufstehen. Also, aber Sie meinen ja nun kein Korken. Nee, kein echter Korken, aber ein kleiner Kollagenpfropf. Also wie so ein Klebstoffpunkt, den man so draufsetzt. Genau, also wie so ein Gewebekleber, der das kleine Loch, was im Gewebe und im Gefäß letztendlich ja verbleibt, komplett verschließt. Und innerhalb von wenigen Sekunden, also nach 30 Sekunden, ist das Loch zu. Wie kommt man denn darauf? Es ist auch intensive Forschung auf dem Gebiet. Also da gibt es einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ich habe diese Systeme auch in verschiedenen Studien auch getestet. Die funktionieren hervorragend. Und wir bereiten uns damit auf die kommende Ambulantisierung vor. Wir werden in den nächsten Jahren ja deutlich mehr Eingriffe ambulant durchführen können und auch müssen. Und das ist eben ein ideales System, um die Verschluss, um das Gefäß zu verschließen und so den Patienten eine sichere Entlassung nach Hause am selben Tag sogar noch zu ermöglichen. Ja, wann merkt der Patient, dass er die Symptome nicht mehr hat? Im Idealfall sofort. Also quasi, wenn er zu Hause ankommt? Im Idealfall, wenn er wach wird und dann merkt, dass er nichts mehr hat. Also ich habe diese Woche schon einige Patienten behandelt, die direkt nach dem Eingriff dann, wenn sie dann langsam wach werden, mir berichtet haben, dass das Herz ganz rund und regelmäßig läuft und waren freudestrahlend und fröhlich und zufrieden. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!